Das war echt unlucky, Alter. Hätte ich den Tank-Dings bekommen. Göni, war's gut. Der Lock ist jetzt. Er kann bohren. Göni, du warst da eine Prozent. Du Lümmel. Es ist so. Es ist so. EG. Hi. Trick Attack. Göni, hast du keinen Waffe mehr, Alter? Ah, fuck. Ich nehme jetzt weiter Transition. Wenn er sich dreht, raus nach dem Akron. Raus. Raus. Gleich Tank-Post. Position. Spot, Spot. Sorry. Trick Attack. Wenn er sich dreht. Raus. Rein. Wenn er sich dreht, beim nächsten Set Buchstaben. Ich will auch einen Buchstaben haben. Holy Gott. Buchstaben. Buchstaben. Ich bin weder. Ich bin ich in die Strecke. Trick Attack. Ent FERGEN. Ich bin ein tiếng. Ein bisschen mit dem Ich. Er ist ein bisschen. Wenn er sich dreht, raus. Entschuldigung. Oh. Ich habe mich nicht gekillt. Und bewegen. Stacken bei Südwesten. Rein. Trick Attack. Eins. Zwei. Spott. Zwei Kräger. Rot kopf. Zwei Kräger. Voller. Ein Ding. stem. spread geht auf chain trittag schon zu spät wenn jemand die mit hock mechanik nicht richtig spielen kann solle einfach bescheid sagen wir haben genug spieler die es machen ohne dass wir was riskieren müssen das ist nicht schlimm wir haben zeit das noch irgendwann zu üben aber lieber sagen ihr könnt es nicht und dann ist gut ich habe ich habe die mechanik im krumm verstanden aber ich habe halt zu wenig aber ich ich und nio werden immer ready sein was das angeht wahrscheinlich ich kann es nicht zur not auch machen ja kieren auch und dann gibt es auch noch ein hat spaß nicht vergessen wird nicht vergessen 1. abgabe 2. abgabe natürlich jetzt alle drei jaja mimi kann es noch nehmen mimi kann es noch nehmen cyrus willst du spielen cyrus mimi nimmt es dann weg ok rüber mimi ist unser held nicht 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 im mimi reinrennen nicht im mimi reinrenn mimi ist sehr nah an uns ran nach hinten links laufen rein warten 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 laufen perfekt gespielt weitermachen in die mitte in die mitte in die mitte in die mitte nicht vergessen in die mitte mana song bei bedarf ist da mana song ist da noch nicht er ist cyrus da kommen wir gleich zwei hexaflares entgegen hier auf der seite wo cyrus ist ja das war ein gutes battle jetzt gleich gleich kannst du spielen ja jayne spotten gleich tankbuster für jayne ich reprisal dir den du machst den nächsten trick attack den nächsten palisadier ich traust dich ähnlich traust dich ähnlich sagt er sammreise boit jayne leute konzentrieren aye fuck nein ich stand falsch sorry bewegen position boah sorry eh position einnehmen cyrus sagt an hier er hat rein oder raus vielleicht tankbuster chain rein stecken dass er sagt morgen kommt nach dem tankbuster wahrscheinlich ah ne nach dem tank spot kommen noch die eisflächen oder ja tankt weiter trick attack kein rechts nachdem die bereitet euch schon mal vor geht ins innere von midgar entweder buchstabe oder ecke muss wahrscheinlich sein ja buchstabe der ecke nein äh ahoi unter euch da kommt noch flächen ok gut stacken stacken nächstes akmon ok auseinander ok ja er wird gleich wieder in die mitte gehen ja position position Erdatemposition Erdatemposition Holy ground Fade ist hier bei mir noch pro 5 Sekunden Raus Raus Oh my god Das schafft er Jaden Klemense dich Ich sterbe jetzt auch Einfach ruhig bleiben Wieso müsst ihr zwischenlabern? Die letzten 2% Ja Easy Ja das weg Das war nicht cool In dem Moment Ja das Tankkopf Gunny wirf ihn wieder weg Ey Gunny alter Ich hab überlebt man du hast gefehlt Das gehört mir So ich muss gleich erstmal die Aufnahme Speichern Die Badenschuhe sind scheiße aus Richtig klaus Baden? Baden? Was? Oh my god Ich hasse mein Leben Aber es ist 400 Die Waffe Buh 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 Buh